Hallo, ich bin Michael Schöberl und ich bin Health & Safety Manager bei Interaction in Wien. Ich arbeite jetzt seit vier Monaten bei Interaction und ich arbeite mit Menschen zusammen, um sichere Arbeitsbedingungen und gesunde Arbeit zu ermöglichen. Ein Health & Safety Manager im Unternehmen ist dafür zuständig und verantwortlich, dass sichere und Gesundheitsarbeitsplätze möglich sind. Das heißt, er arbeitet mit dem Team gemeinsam und sucht permanent Verbesserungsmöglichkeiten, um letztendlich noch sicherer, noch gesünder arbeiten zu können. Die Entscheidung, warum ich Health & Safety Manager geworden bin, ist ganz einfach, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, weil es mir wichtig ist, gesunde und sichere Arbeitsplätze zu haben, dabei sich wohlzufühlen und letztendlich einen guten Job zu machen. Aber ganz einfach, die Interaktion mit den Menschen, das war für mich das Wichtigste. Interaction unterstützt mich bei meiner Arbeitsweise insofern, als dass es mir diesen Freiraum gibt, meine Tätigkeit auszuüben, mir den Spielraum gibt, mich wirksam einzubringen und alle Möglichkeiten zulässt, die ich benötige, um aktiv und effizient zu sein. Ein guter Arbeitgeber ist für mich derjenige, der wertschätzend Möglichkeiten schafft, seine Profession auszuleben, aktiv zu sein, den Rahmen ermöglicht, der notwendig ist, um selbst gestalten zu können. Und genau das ist für Interaction der Fall. Interaction in drei Worten beschrieben ist für mich modern, spontan und kreativ. Am besten beim Unternehmen Interaction gefällt mir, dass es ein wirklich sehr modernes Unternehmen ist, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, sich dementsprechend zu entfalten. Es passen ganz einfach die Rahmenbedingungen, die Büros sind wunderschön, die Kollegen sind alle so nett. Es ist ganz einfach Zusammenarbeit möglich. Und es werden kurze Entscheidungswege gewählt. Das heißt, Entscheidungen sind relativ rasch möglich und werden getroffen und umgesetzt. Was viele vielleicht nicht über mich wissen, ist, dass ich gerade in den letzten Monaten eine Leidenschaft für das Kochen entdeckt habe. Ich habe vorher eigentlich nie gekocht, ich habe vielleicht nur geholfen dabei, aber ich koche jetzt sehr gerne. Es freut mich wirklich, Speisen zuzubereiten und dann das Ergebnis selbst zu verköstigen. In meiner Freizeit gehe ich gerne hinaus in die Natur, sei es nur zum Wandern oder auch zum Nordic Walken oder zum Laufen. Also ich genieße ganz einfach wirklich das an der frischen Luft sein. Der beste Ratschlag, den ich jemals in meinem Leben bekommen habe, ist es ganz einfach so zu tun, wie ich selbst bin. Ganz einfach authentisch, ehrlich zu sein. Damit kommt man am besten durchs Leben. W 만들어 fragen, ob es sich heute gut gegen angenommen habe, ob es tolle, leut occupied und leut